Liebe Studierende, willkommen zum elften Podcast des Semesters. Die letzten Vorlesungen waren von der Einführung der harmonischen Schwingungen und deren Eigenschaften geprägt. Wir haben dann Schwingungen gekoppelt mit einem Erreger diskutiert und somit das Thema der Resonanz behandelt. Mechanische Schwingungen gehören zu den in der Natur am häufigsten vorkommenden Bewegungen von Körper. Es gibt allgemein verschiedene Arten von Schwingungen. Die charakteristische Größe, mit der die Schwingung beschrieben wird, kann eine Weg- oder Winkelkoordinate wie bei mechanischen Schwingungen sein oder aber auch ein Strom, eine Spannung, eine Ladung, ein elektrisches oder magnetisches Feld wie bei elektrischen Schwingungen. Die mathematische Behandlung aller dieser Schwingungsarten ist die gleiche. Wir werden uns auf die Behandlung harmonischer Schwingungen beschränken. Eine harmonische Schwingung ist zum Beispiel durch eine cosinusförmige Zeitabhängigkeit beschreibbar oder in komplexer Schreibweise, bei der nur der Real- oder Imaginärteil zunehmen ist. In diesen Gleichungen bedeutet Q0 die Amplitude der physikalischen Größe, die schwingt. Omega gleich 2π mal die Frequenz µ ist die Kreisfrequenz, wobei die Frequenz µ ist inversproportional zur Periode t der Schwingung und Φ ist die Phase. Die physikalische Bedeutung der komplexen Schreibweise liegt in der experimentellen Feststellung, dass eine Schwingung sich als Projektion einer Kreisbewegung darstellen lässt. Bei vorhandener Dämpfung oder Reibung nimmt die Amplitude mit der Zeit exponentiell ab. Das heißt, man erkennt eine harmonische Schwingung mit abnehmender Amplitude. Man sagt auch, dass die exponentielle Funktion eine Konvolution der harmonischen Funktion ist. Delta ist die sogenannte Dämpfungskonstante und Tau ist die charakteristische Abklingzeit. Als erstes Beispiel einer harmonischen Schwingung haben wir die Situation des Federpendels diskutiert. Die dazu gehörende Bewegungsgleichung nach dem Newton'schen Gesetz besteht aus folgenden Termen. Der rechte Term ist die Trägheitskraft, die stets der Beschleunigung entgegengerichtet ist. Der zweite beschreibt die Reibungskraft, die stets der Bewegungsrichtung, also der Geschwindigkeit, entgegengerichtet ist. Und der dritte ist die rückstellende Kraft nach dem Uckschen-Gesetz. Diese angreifende Federkraft ist stets der Auslenkung x entgegengerichtet. Eine ähnliche Überlegung und mathematische Behandlung lässt sich für den LCR-Schaltkreis berücksichtigen. Bei der Aufstellung der Bewegungsgleichung hilft in diesem Falle die bekannte Marschenregel. Die Summe aller Spannungsabfälle muss gleich Null sein. Alle Schwingungsbewegungsgleichungen besitzen die gleiche mathematische Form. Die Lösung der Gleichung des mechanischen Pendels, z.B. mit den Anfangsbedienungen, dass bei der Zeit d gleich Null die Position x ist gleich x Null und die Geschwindigkeit bei der Zeit d Null gleich Null ist, ist hier angegeben. Wobei Omega Null die Eigenfrequenz der ungedämpften Schwingung ist und Omega die neue Frequenz des gedämpften Pendels ist. Die Reibung oder Dämpfung hat auch eine Phasenverschiebung zur Folge. Man kann vier typischen Fällen identifizieren. Mit Dämpfung gleich Null hat man eine ungedämpfte Schwingung. Die Lösung entspricht nochmals der Lösung des ungedämpften Oszillators. Mit Dämpfung kleiner als die Eigenfrequenz des Pendels Omega Null hat man eine gedämpfte Schwingung. Das System schwingt mit zeitlich abnehmender Amplitude. Mit Dämpfung gleich der Eigenfrequenz des Pendels hat man eine aperiodische Grenzfall. Das System schwingt gerade nicht mehr. Die Amplitude geht rasch auf Null. Und mit Delta größer als die Eigenfrequenz des Pendels redet man von einem Krichfall, wo die Frequenz nicht mehr reell bleibt. Die Amplitude der Schwingung strebt exponentiell gegen Null an, wenn die Zeit asymptotisch gegen unendlich strebt. Freie Schwingungen wurden in Gang gesetzt, in denen man das System auslenkte oder anstieß und an sich selbst überließ. Jetzt soll diese Anregung von außen periodisch erfolgen. Wir betrachten somit die gekoppelten Schwingungen. Im Vorlesungsbeispiel das Schwungrad des Pendels ist über eine Spiralfeder mit einem Motor verbunden, der das Federende mit einer einstellbaren Frequenz Omega bewegte und damit auf das Pendel ein periodisches Drehmoment ausübt. Das System besteht also aus dem Motor als Erreger und dem Pendel als Schwinger. In der Summe der äußeren Drehmomente sind außer dem Erreger-Drehmoment das Federdrehmoment und das Reibungsdrehmoment zu berücksichtigen. Hier wurde die komplexe Schreiweise gewählt für eine einfachere mathematische Anhabung. Man macht folgende experimentelle Feststellungen. Das Pendel schwingt immer genau mit der Frequenz des Regers, nicht mit seiner Eigenfrequenz. Das Pendel schwingt gegenüber dem Erreger mit einer Phasenverschiebung, die von der Erregerfrequenz abhängt. Die Amplitude der Pendelschwingung hängt ebenfalls stark von der Erregerfrequenz ab. Die experimentellen Feststellungen werden von der Lösung der Bewegungsgleichung bestätigt, nämlich für Frequenzen des Erregers, die viel kleiner sind als die Eigenfrequenz des Pendels. Das Pendel bewegt sich so, als wäre der Pendelkörper starr mit dem Erreger gekoppelt. Beide bewegen sich gleichphasig. Die Amplitude ist klein, aber verschieden von Null. Wenn die Frequenz des Erregers gleich groß ist wie die Eigenfrequenz des Pendels, dann haben wir die Situation der Resonanz. Das System wird durch die vorhandene Reibung von einer Katastrophe bewahrt. Bei der Resonanz sind Erreger und Pendel 90 Grad Phasenverschoben. Und wenn die Frequenz des Erregers grösser ist als die Eigenfrequenz des Pendels, die Amplitude wird sehr klein. Schwinger und Erreger schwingen gegen Phasen. Nächste Woche werden wir uns der allgemeinen Diskussion der Wellen und deren Eigenschaften widmen. Ich freue mich auf die nächsten Vorlesungen mit Ihnen. Ich freue mich auf die nächste Woche.